Ah, die haben Blitz. Ich hab sie doch getroffen, man, ey. Sophia, immer noch 75 HP, man. Ich schraste aus, ey. Das war eigentlich ein Headshot. Oh. Na klar, Sophia. Wer dann sonst? Das ist ja noch Italiener, dieser Lorenzo-Condi-Scheiße da. Ach, Lukas, denk doch einfach an was Schönes. Oh, mein Schönes. He! 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 um ich krieg so wie aber sie fast fast nur frauen bis auf kleck wird die kleck wird mag ich nicht da ist hentai mit sehr viel zentag die haben ehler ehler muss ich holen jetzt ein schwester bonus wenn ich die kelle am arsch ich glaube ich ja ja ach ich was ja 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 Ich bin ein Bauch, aber ich bin ein Bauch. ach komm schon du schweißer behindert ist im wii alter jawohl diese scheiß echo-drohne mann wauwander wirklich die Boten niemanden raus den Kiel macht und die andere sind nicht auf die Reihe allein mann wird hier schlecht mann immer so los Sehr gut endlich mal wieder ein kill schweißen mark fragt mich immer schon ich hätte ein kill so easy haben können ich hab dich so hart verkackt ich hab sie aber trotzdem noch bekommen weil sie danach voll verfehlt hat dann habe ich noch ein kill haben müssen ich hatte so einen Teil bescheiden und ich hatte sie nicht mehr getroffen ja vorhin erst das war mehr als lost ja ich auch ach du lang war ja oh ich krieg mal ein vision hier nein ich hatte gerade allebei also die Seite auf die allebei Teil rausschießen nö sie macht das erst mal weg und dann schießt sie ab ja ja ich hab auch aber machte nichts aus mag schon auch kein eben vorgestern wie wir zwei gespielt gestern gar nichts gespielt das erste rang wird habe ich gar keine kills gemacht aber gut da haben wir auch so hype gegen uns armys armys in arabe was willst du oh oh jetzt bin ich gekommen ja das ist ich 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 um ein fach ist ja ja gut rück dich mal du scheiß ecco drohnen jahle das ecco gerade aber machte mal jetzt hier hin wirklich Das war's für heute. was alle ich habe hier voll verspray der schaut kein e-mail mit pumpen aber die hat ja immer viele apg getroffen habe ich sehr was da los wieso wieso zu wissen mit wem ich spiel mag ich wollte nur noch wissen hätte doch in die party gucken kennst du es gesehen da steht aber nur immer unbekannt unbekannt und weiß ja nicht mit welchen wir also weil die off-offline stehen das ist ja nicht was zum ich weiß doch nicht was mit du für kuriosen leute der ist doch gesperrt wen montag also lauf hier nach uns in pipi stelle ja ja ein paar Euro Euro Jaja Eka 3 die Fresse Luka Duna Mann das kann ich mir vorstellen so richtig so ein richtiges harem es 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 Ich bin mein Gegner! Geh, 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 geh Bitte Pumpe, Alter, bist du ecklisch. Unverdient, 5 kills neu. Aber das ist, weil Martin Monda gekriegt hat und kann ich nicht spielen und nicht von der Kamera vergewaltigt worden. Jaja, hab ich auch behauptet. Oh, 804 Ansehen, Alter, verdammt. Ja, ist heute drei Wochen oder so. Ah, Mann, 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 Hedgehogs schlucken, Alter, scheiß Fuse, Alter. Der erste Schuss fliegt die Fresselder und da nichts passieren. Marc, wollte ich ja mal ein Video schicken. Ich hab gestern ein bisschen mit meinem Programm rumgedockt. Qualität ist zwar nicht so gut vom Video, was ich geschickt hab, aber... Ne Quantität geht über Qualität. Ja, das ist halt vom Video abgefilmt, weil es auf dem Laptop war und das Bild war zu klein. Aber im Livestream sieht das anders aus. Ich hab schon mal einen Test gemacht. Ich brauch nur noch meine Hardware, sonst funktioniert das ja richtig schon so. Oh, wenn Lukas pissen muss, geh ich auch nochmal pissen, ey. Was? Nein, ich hol mir erst diesen Wochenende erst. Okay. Okay. Wieso habe ich so trisrandet? Wieso... Wieso? 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 Was? Wieso? 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 Die Dropper nicht aufgenommen, es istик. Das ist wirklich dämlich. Woher kommt doch von mir lastig viel? Das will ich jetzt. Ja, Bruder muss groß, Alter. Wo ist Klaus? Auch nochmal auf Klo. Alter, ist das lächerlich. Was ist das? Was ist das? Das ist der Lokal ich habe gesagt ich gehe aufs Klo hast du nicht so weit Martin ich habe zugehört aber Lukas hat ich einfach gesagt so egal ich darf trotzdem habe ich nicht gesagt aber ich will geht er braucht doch ein Hard Preacher ich will nicht nur nicht in der Runde gewesen ich bin nur noch in der einen um es gilt noch aber die Gegner sie können es ist Das muss ein Arsch-Tief sein, aber so um die Arme. Boah, die haben die Schleichschmose. Nur für dich. Beide. Ja, ich hab ihn schon gesagt. Ich habe ihn schon gesagt. Ich bin schon gesagt. Ich will die Schmutzung und die Schmutzung. Das ist ein Schmutzung. Ich bin jetzt zurück. Ich bin jetzt zum Schmutzung. Ich bin schon auf dem Schmutzung. ich weiß es ist oh oh fuck alter das muss ich das muss ich jetzt klippen und alter oh mein fucking gott alter das ist nicht wirklich passiert easy die Ja, der mit seinem Heilping dran hat er Pinge. Kein Wunder, dass der so ein Glück hat. Und dann die so ein Glück hat er. Ja, ich glaube, es ist ein Knie, das ist ein Knie, das ist ein Knie. Die Knie ist mit dem Knie, das ist ein Knie. Das ist ein Knie, das ist ein Knie. Der Knie ist mit dem Knie. so weit er nur mit spieler der reichsache verrunden aber so ein chineser will meinen arsch angucken, ja das sehe ich doch ich habe keine ahnung, hat Kev irgendwas zu euch gesagt wegen dem turn-on? doch was hat Kev gesagt? ob Kev euch was gesagt hat wegen dem turn-on den er da bekommen hat oder ist der Jekyll da? ohja auf 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 auf.. und hat er geraged ohh, der war heftig also aber ähm, einmal habe ich von Farid Zuhat kassiert, wie ich da bei Schalter war. Eieieiei keine Ahnung, ich frag mich immer noch, was Lukas da mit der Sprengmatte gemacht hat wie gesagt, ich hab die Plastik...